Und da gibt's eine neue Episode mit dem Simon und... Hallo, hier ist Falk. Ja, und wir spielen Happy Happy Situations on the Friedhof und sind das letzte Mal, glaube ich, gestorben. Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, aber wir kriegen dauernd aufs Mund. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir sind mehrfach gestorben. Mehrfach, ja. Bin mir nicht sicher. Aber um ehrlich zu sein, es gibt ja keinen besseren Ort, als dem Friedhof zu sterben. Da ist man direkt da. Und es ist ja auch schon ein Loch ausgehoben und der Sarg ist da. Was will man mehr? Genau, wenn es darum geht, dass man den Angehörigen keinen Stress macht, dann sind wir hier in der besten Position. Direkt rein ins Loch fallen. Genau, erst ein Sarg und dann ins Loch. War das Deutsch gerade? Direkt ins Loch fallen. Nee doch, war eigentlich, ist nicht schlecht, oder? Ist nicht total verkehrt. Man kriegt Sinn. Ist kein Italienisch, von daher kommt es dem Deutschen sehr nah. Wir nochmal kurz zusammen, ich kann es noch nicht mal zusammenfassen, weil ich habe nicht mehr so richtig viele Erinnerungen. Aber wir wollten, ach ja genau, ich glaube, wir haben uns verkleidet, haben unseren Gips angemalt mit dem Tour oder so und wissen dann gar nicht, was wir machen sollen. Erstmal ist Nacht. Spätnacht steht bei mir in der Titelzeile. Spätnacht. Wir wollen hier korrekt sein. Also so spät, dass es schon fast wieder morgen ist, könnte man sagen. Also okay, ich würde gerade sagen, spätnachts steht bei mir nicht. Bei mir steht Freitag, der 14. Und jetzt ein Wort. Oktober spät, spät nachts. Siehste? Steht bei mir. Ist das, also das ist aber auch kein Deutsch, ne? Nee doch, doch, doch. Ist altdeutsch. Oktober spät nachts. Ja, ist altdeutsch. Da hat man das noch alles zusammen. Bin ich nicht so gut mit. Okay. Also es ist Oktober spät nachts. Wir sind, genau, und es gibt so zwei Typen, ne? Ja. So ein großer, großer weißer Hühne ist beim Bagger. Ja. Und wir glauben, der Blumenverkäufer, oder wie haben wir jetzt gesagt, der Gärtner, muss ja eigentlich der Gärtner sein, war ja klar. Der rennt mit einer Taschenlampe hier über den Friedhof und versucht uns zu finden. Er sieht uns aber nur sehr schwer, weil wir mit dem Tuch unser weißes, unseren weißen Gips abgedeckt haben. Genau. Und ansonsten haben wir so einen Mantel an und der schützt den Rest unseres Körpers. Ja. Gesicht, weiß ich gar nicht, haben wir uns irgendwie angemalt? Nee, ne? Wahrscheinlich. Ein bisschen Soße ins Gesicht geschmiert oder so. Genau, ein bisschen Blut. Genau, und jetzt rennen wir hier rum und mit dem Bagger versuchen die Tante Ernas Grab aufzubuddeln. Ja. Und jetzt sind wir hier und wir sind eh weiter. Genau, so, jetzt hat aber Falk sich mal informiert, denn das Spiel bringt eine Lösung mit sich. Und mehr als nur die Hinweise, die wir ja schon durchgegangen sind, gibt es noch eine richtige Lösung. Ja, aber die Lösung ist ja, also jetzt wahrscheinlich wissen es die meisten, die uns zuhören, wie so eine Lösung aussieht. Die Lösung im Prinzip ist nur eine mehr oder weniger Aneinanderreihung von Commands, also von, wie sagt man? Befehlen. Befehle. Befehle. Entschuldigung. Genau, das heißt, ich musste da erstmal, weil wir es ja in einer leicht anderen Abfolge gemacht haben, natürlich viel länger, musste ich erstmal mich reinlesen. Also im Prinzip, wir wollen nicht alles komplett durchlesen in der Komplettlösung, nur jetzt so den Anfang, damit wir wieder reinkommen, weil wir ansonsten stecken bleiben. Genau. Okay, also wir sind, Moment mal, lass mich mal kurz anschauen, schau dich um. Achso, und wir sind immer gestorben, also ich bin jetzt auch gerade auf dem Platz mit dem großen Holzkreuz und wenn ich ein was mache, dann kommt der doofe Gärtner an. Ja, ja, müssen wir jetzt, also müssen wir ein bisschen Glück haben jetzt, glaube ich. Genau. Weil das ist so ein bisschen random, glaube ich. Ja. Weil es steht jetzt bei jeder Bewegung oder bei jedem Befehl, den wir eingeben, steht da, was in irgendeiner hoffentlich Entfernung mit der Taschenlampe gerade passiert. Im Prinzip ist das der Typ, der uns sucht halt, ne? Okay, also ich stehe gerade beim Grab von Tante Erna und das ist eben da, wo der Bagger gerade mit dem großen Mann steht und ich nehme an, baggert es. Genau. Ja, und ich bin an dem Platz mit dem großen Holzkreuz. Da will ich jetzt hin, pass mal auf. Und nochmal für unsere netten, lieben Zuhörer, die heute ganz besonders gut aussehen, das ist der Platz, wo wir… Was ist denn das für eine oberflächliche Kackscheiße? Gut aussehen, ist das das Ziel, Simon? Ist das nötig, ja? Das Ziel ist schon erreicht, ja? Sie sehen alles schon gut aussehen. Und du würdest dann jetzt nochmal erwähnen, wie nett und toll sie alle sind, ja? Von den inneren Werten her. Ja, was natürlich, genau, Innereien. Ich meine, sie hören uns zu. Ja, das sind die besten Menschen in der Welt. Und die haben es verdient zu wissen, dass wir an diesem Platz die Tür aufgebrochen hatten mit diesem Metallgestell, was wir dann die Treppe runtergerollt, wie so ein Bobschlitten und dann boom und ein Riesenächtchen und dann ging die Tür auf. Und dieses Metallgestell steht nämlich noch hier und da drauf waren so Kanister und da dran sind so Gedenkkränze gedengelt. Genau, und da geht's weiter. Das steht in der Komplettlösung, das ist der Teil, den wir jetzt gelesen haben. Da müssen wir jetzt hin. Ja. So. Ich bin ja schon da, also… Ja, genau, also ich bin jetzt beim Grab vom Dondeana. Also ich muss jetzt nach Osten. Drück die Daumen, dass ich auf dem Weg dahin nicht sterbe. Okay, ich drück die… Okay, ich gehe nach Osten. Also, hier meldet sich schon mal jemand. Hey, sieh da. Also, ich, diesen Sprachfehler lasse ich jetzt mal raus, ne? Das ist albern, das vorzulesen, auf jeden Fall. Ach so, der Lispelte, ne? Ja, der sagt er, statt S sagt er, also, hey, sieh da, sagt er. Finde ich aber, ja. Ja, aber an manchen Stellen spricht er halt dann doch ein S aus. Aber ich muss sagen, ich finde das eigentlich eine echt gute Idee, dass man die Dialoge voneinander besser abgrenzt, indem man einen einen Sprachfehler gibt. Das ist eigentlich eine ganz geile Idee, um mit reinem Text diese Unterschiede hervorzuheben. Da hast du recht. Ja. Also, wir stellen es uns jetzt vor, mir ist es zu albern, das vorzulesen. Ja. Hey, sieh da, du erstarrst einen Moment, dann machst du dich bereit zu kämpfen. Mit einem Gips. Mhm. Naja. Der bleiche Riese, der noch am Grab deiner Tante arbeitet, muss dich gesehen haben. Mhm. Hauen sie ab. Er sucht sie überall. Verstecken sie sich. Irgendwo. Sonst sind sie tot. Spricht dich der Riese direkt an. Hm. Helfen sie mir, flähst du. Ich muss jetzt tatsächlich, also ab und zu muss ich jetzt wirklich das CH rauslesen. Ja. Ähm, ich kann nicht helfen, helfen wahrscheinlich. Okay. Er isst, Punkt, 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 hauen sie ab. Was? In seiner Stimme liegt große Angst. Du humpelst so schnell du kannst in Richtung des großen Gräberfeldes. Okay. Aus einiger Entfernung ungefähr, dort wo der Vorplatz findet. Okay, also der Typ ist jetzt gerade am Vorplatz. Ich bin am nördlichen Gräberfeld. Mhm. Bin ich hier richtig? Nee, ich muss noch nach Westen. Nee, ich muss hier nach Süden. Mensch, das ist ja spannend hier. Hier muss ich nach Süden, Moment, hier muss ich jetzt nach Süden. Genau, jetzt bin ich am Platz mit dem großen Holzkreuz. Genau. Und hier steht auch, du siehst hier ein Metallgestell, in Klammern, darauf sind Kanister, Klammern doch mal auf, die geschlossen sind. So, ich sehe dich, du bist neben mir. Hallo. Und mit drahtgebundene Gedenkgränze. Ja, guck mal hier. Ich habe hier die, äh, die Grenze, äh, Grenze. Und da habe ich jetzt mal gesehen, da ist ein Draht dran. Genau. Und den nehmen wir jetzt. Nimm Draht. Kennst du, der heiße Draht noch, das Spielen? Schade, ich bin tot, ich lade nochmal. Okay, ich habe ihn. Das ist halt jetzt das Doofe, ne? Ja, das ist, äh, unschön, ja. Äh, das kann jetzt jederzeit dicht das Licht. Ich habe den Draht eingesammelt und alles ist gut. Und, äh, es ist nämlich so, dass wir diesen Draht brauchen, das hätte sich wahrscheinlich jetzt jeder denken können. Äh, wozu, obwohl wir die, die Komplettlösung ein bisschen gelesen haben, wozu ist uns trotzdem nicht ganz klar geworden? Soweit haben wir sie nicht gelesen, genau. Ich möchte nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben noch eine Schmerzmitteltablette in unserer Tasche und eine Plastikflasche, ein Feuerzeug, ein Spieß, ein Mantel und einen Gips. Ähm, ja genau. Und ich glaube, laut Lösung sollten wir jetzt etwas aus den Kanistern in die Flasche füllen, ne? Genau, weil die Flasche war mal gefüllt. Jetzt ist sie leer, weil wir haben eine Tablette schon genommen, letzte Folge. Ja, richtig, wir haben mit der Limonade unseren Durst und die Tablette runtergespült. Genau, weil wir, glaube ich, uns nicht bewegen konnten, ne? Ansonsten, also nicht so richtig schnell, wir hätten nicht vor dem Typen abhauen können oder so. Ja, tut halt weh. Genau. Also. Das ist auch so, das ist so typisch menschlich, oder? Nicht irgendwie das Problem beheben an der Wurzel, sondern es irgendwelche Workarounds finden. In dem Fall einfach so, ja gut, ich sollte mich jetzt nicht bewegen, das sagt mir mein Körper, aber ich nehme auch eine Tablette, die mich die Information, dass es wehtut, einfach vergessen lässt, so, aber das hilft dem Körper ja nicht, ist ja trotzdem doof. Ja, die Alternative wäre da jetzt stehen zu bleiben, der Typen sagen, ja, Moment, bevor sie mich totschlagen, lassen sie mich kurz zwei Wochen ausruhen. Ja. Wegen des Gipses. Ja, und da würde der sagen, natürlich, ich bin der Ehrenmann. Ehrenmann. Ich werde natürlich sie jetzt nicht umhauen, wenn sie hier so, ne, nicht auf voller Höhe sind, wir machen das wie Gentleman in einem Gentleman's-Duel und kommst einfach in zwei Wochen nochmal wieder und dann regeln wir das, so. Problem gelöst. Hier ist eine Terminkärtchen, wie beim Zahnarzt und dann geht es los. Pass mal auf. Ja. Was machen wir jetzt? Ich möchte jetzt das umfüllen, bitte, das Kanister in die Flasche, aber ich weiß nicht, was ich eingeben soll und ich habe Angst, das einzugeben, weil dann haut der Typ mich. Ja, habe ich auch. Also, pass mal auf, wir öffnen erstmal die Flasche, müssen wir ja, sonst kriegen wir ja gar nichts da rein. Ach, die ist nicht offen? Ich dachte, wir haben ja vorhin schon, ne? Ich mache mal, öffne Flasche, du schraubst den Schraubverschluss von der Plastikflasche, die Flasche ist offen. Okay, jetzt öffne Kanister. So, warte mal. Oh, jetzt kommt der blöde Typ die ganze Zeit. Du öffnest einen der Kanister. Okay, cool. Okay, hier, ich würde sagen, so Gamedesign-Tipp, ich finde, in der Situation jetzt sollte, wenn der Befehl erfolgreich ist, also zum Beispiel öffne Flasche, was ja der korrekte Lösungsweg ist, dann sollte das vielleicht der doofe Gärtner nicht angelaufen kommen, weißt du? Also, dass man das so einen Zug immer hinausschiebt, bis man wieder was Falsches eingibt und daran kann er einen ja fangen. Aber jetzt ist es irgendwie ein bisschen doof, weil ich kann jetzt halt nicht ordentlich was eingeben. Müsstest du ja da auch speichern sollen. Also, ich habe jetzt Füllkanister in Flasche gemacht, nachdem ich beide geöffnet hatte. Du füllst das Reinigungsmittel in die Plastikflasche. Plötzlich siehst du den Strahl der Taschenlampe ganz in deiner Nähe. Du bist dem Gärtner gerade in die Arme gelaufen. Ach, das ist Reinigungsmittel. Ich dachte, das ist irgendwie Benzin. So, ich lade nochmal, ne? Ja, ich gehe jetzt mal, bevor ich hier die Flasche öffne, ich gehe immer einmal nach Westen. Das machst du. So, jetzt guck mal so. Und dann gehe ich jetzt nochmal nach Osten wieder. Und hier ist okay. Und jetzt mache ich, öffne Flasche. Oh, jetzt ist der schon wieder da. Mahan, das nervt jetzt echt. Okay, pass auf, ich mache das so. Ich gehe einmal nach Westen, öffne dort die Flasche. Oh Leute, ich bin auch schon wieder tot. Ey, ich glaube, das wird jetzt sehr, sehr, sehr anstrengend. Ja, es tut uns leid, liebe Freunde. Aber wollen wir einfach die Komplettlösung vorlesen? Ja, das bringt doch nichts. Wir sterben ja so oder so. Der Punkt ist. Nein, ob wir die Komplettlösung vorlesen wollen, dann wissen die Leute wenigstens die Kommandos, also was wir machen müssten. Ja, toll, das ist ja super. Was wir machen können, ist, wir lesen die vor. Und da wir ja selbst nicht so genau wissen, was dann passiert, interpretieren wir einfach, was passieren könnte. So, pass auf. Okay, ich habe jetzt, pass auf, was ich gemacht habe. Ich bin einfach mal nach Westen gelaufen, habe dort die Flasche geöffnet und bin dann wieder zurückgegangen. Jetzt speichere ich. Jetzt stehe ich nämlich wieder vor diesem Kranzdingensbummens und habe eine offene Flasche. So, jetzt wird gespeichert. Ich speichere jetzt jedes Mal. So, warte mal. Öffne. Kanister? Ach so, die muss man jetzt auch noch öffnen. Okay. Scheiße, tot, laden. Okay, ich habe einen Kanister geöffnet und jetzt? Musst du die Flasche noch öffnen, also du musst beides öffnen. Ja, ja, das habe ich ja. Ich untersuche jetzt mal die Kanister, nur um zu wissen, was da eigentlich drin ist. Ah ja, mehrere große, schwere Kanister, auf denen Kraftreiniger für starke Verschmutzung steht. An der Seite sind ein paar Gefahrensymbole zu sehen, darunter auch die für ätzend und leicht entzündlich. Einer der Kanister ist geöffnet, darin befindet sich eine Flüssigkeit. Okay. Genau, entzündlich ist praktisch, weil wir haben ein Feuer. Feuerzeug. Yay. Möchte ich kurz einmerken. Ja, das ist, ja. Füllflüssigkeit in Flasche. Ja, oder Füllkanister habe ich gemacht in Flasche, ist aber auch okay. Okay. So, warte mal, ich habe nach Nimm-Draht gespeichert. Okay, ich probiere es nochmal. Öffne. Kanister. Tot. Laden. Bei mir funktioniert es besser. Ich habe nämlich das umgefüllt. Das freut mich für dich sehr. Gluck, gluck, gluck. Und es stand noch da, der Gärtner scheint in der Nähe zu sein, aber da du komplett schwarz gekleidet bist und auch schnell genug bist, weil du ja dich mit Drogen zugepumpt hast. Ich parafrisiere hier. Was ist eigentlich parafrisieren? Das klingt wie eine Spezialtechnik beim Friseur oder so. Ist es, glaube ich, auch. Wahrscheinlich, ne? Das ist frisches Jargon. Okay, also ich lade jetzt jedes Mal und bei jedem Kommando, das ich hier tippe, bin ich sofort tot. Ja, dann geh mal irgendwie nach Westen und dann mach mal zwei, dreimal warten, weißt du? Dann rennt er irgendwie weg und dann gehst du wieder zurück. Okay. Schmerz da bleiben eingenommen. So, ich habe jetzt das Reinigungsmittel. Warte, warte, warte. Öffne Kanister. Du öffnest den Kanister. Okay, öffne. Warte mal ganz kurz auf mich. Öffne Flasche. Okay, Flasche ist offen. Warte, warte, ich save. Ich save, ich save, ich save, ich save. Ja, speichern, Falk. Speichern. Was habe ich gesagt? Saven. Ah ja, sieh schon. Na? Speichern. Okay, halt Fülle muss ich jetzt machen. In Hülle und Fülle. Ja, also während du das probierst, kann ich ja mal kurz erzählen, dass es für uns nicht ganz klar ist, also so als Hinweis für den Autor oder so. Ich glaube, bisher war eigentlich schon mal relativ klar, was man so ungefähr machen sollte. Aber jetzt standen wir einfach vor dem Sarg und natürlich wissen wir, dass wir raus müssen. Aber uns ist nicht so ganz klar, was der nächste Schritt in die Richtung ist. Also wir haben jetzt in der Komplettlösung schon gesehen, dass wir uns anscheinend jemanden stellen müssen, dem Gärtner zum Beispiel. Aber das, ich weiß nicht. Also es könnte ja genauso gut sein, dass der Gärtner jetzt zwar rumrennt und uns sucht, aber wir zum Beispiel irgendwie einen Ausgang finden könnten, unterörtlichen Gang, ein Loch in der Wand, uns mit dem Heini zusammentun. Was auch immer, mit dem Bagger Heini oder so. Mir fehlt hier gerade so ein bisschen die Direktion. Oder ob in irgendeinem Haus, in welches Haus muss man jetzt gehen? Also keine Ahnung. Ist ein bisschen schwierig gerade. Und zumal es ja so ist, dass in den Texten die Objekte, die wichtig sind oder die man einsammeln muss, die sind ja nicht hervorgehoben. Und diesen Draht, den haben wir ja schon fünfmal vorgelesen. Aber ja, keine Ahnung, sind halt irgendwie nie drauf gekommen, dass das sinnvoll ist. Und witzigerweise bei dem Adventure sind ja Sachen hervorgehoben. Zum Beispiel in dem Text, wo steht, wo sich das Grab deiner Tante befindet, ist das Grab deiner Tante dick hervorgehoben. Es wäre natürlich super cool, wenn alle Objekte, die interaktivierbar sind, was auch immer das für ein Wort gewesen sein soll, wenn die auch dick geschrieben wären. So, dass der Draht zum Beispiel dick geschrieben ist oder so. Das macht, als Autor, glaube ich, denkt man dann so, das ist ja aber viel zu einfach. Aber so als Spieler würde das echt helfen. Ja, also zu Recht könnte man dann wahrscheinlich auch behaupten, dass das dann wie so, weißt du, die Point-and-Klick-Adventure, bei denen du eine Taste drücken kannst, um alle interaktiven Objekte zu highlighten, dann, ja, aber dann ist es ja im Prinzip bloß noch Klickbeschäftigung. Da kann ich auch, weiß ich nicht, ein Word-Dokument aufmachen und mich durch die Buttons klicken, dann mache ich das Gleiche. Weiß ich nicht, finde ich nicht, weil das Problem ist, dass man ja bei Computerspielen eine reduzierte Realität hat. Ja, weil in der Realität könntest du ja alles mit allem machen. Also, du könntest ja, weiß ich nicht, wenn du eine Tür öffnen sollst, dann nimmst du dir irgendwie, keine Ahnung, du trittst von mir erst eine Stunde dagegen, dann ist die irgendwie offen, ja, oder du nimmst dir halt irgendwie die Metallplanke, die da liegt. Aber in vielen Spielen gibt es einen Weg und selbst wenn du ein Objekt siehst, was in der Nähe liegt, mit dem du das Rätsel lösen könntest und das Spiel sieht das nicht vor, dann geht das halt nicht. Und deswegen finde ich es okay oder hinnehmbar, dass es so eine Hilflösung gibt, weil die ja quasi ausgleichen, dass du nicht realistisch mit dem Spiel interagieren kannst. Und hier könnten wir uns ja andere Sachen ausdenken. Zum Beispiel, okay, ich meine, wir haben einen Gips, okay, ja, aber vielleicht könnte man ja trotzdem so ein bisschen versuchen, über die Mauer zu klettern, ja. Oder diesen komischen, dieses Metallgestell zum Beispiel, wegzurollen zur Mauer und dann drüber klettern, ja, das tut ein bisschen weh, mit Gips ist ein bisschen doof, aber hey, wir haben Todesangst, ja. Oder wir könnten uns vor einfach verstecken und einfach auf den nächsten Tag warten oder was auch immer, aber diese ganzen Möglichkeiten gibt es ja nicht. Und deswegen fände ich es schon gut, wenn man, naja, so ein bisschen Hilfe bekommen würde. Okay, aber auf jeden Fall, dafür gibt es, immerhin muss man positiv anmerken, es gibt eine komplette Lösung, das ist schon echt hilfreich. Das stimmt. Bist du jetzt ready? Ich, genau, ich habe die Kanister geöffnet oder den Kanister geöffnet, ich habe die Flasche geöffnet und den Kanister in die Flasche gefüllt. So, perfekt. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt habe ich gespeichert. Ich auch. Also wir könnten die Flasche schließen, weiß nicht. Ach komm, nee. Nee? Weiß ich nicht, oder? Also pass mal auf, wir haben jetzt also eine Flasche mit, ich nehme mal an, das ist das Keyword, leicht entzündlicher irgendeiner Flüssigkeit, Reinigungsflüssigkeit. Ich nehme mal nicht an, dass wir die als Treibstoff für den Bagger benutzen sollten. Also nehme ich an, das ist irgendwie so eine Art Flamm-Sache. Ja gut, klar, ich meine, wir können natürlich jetzt, also ich hatte ja schon ganz am Anfang mal vermutet, dass wir das Ding als Molotow-Cocktail verwenden können. Ich glaube in der letzten Episode, also dass man da den Lappen reinsteckt und dann schön zack. Aber es ist ja, stellt sich raus, eine Plastikflasche, das heißt, die wird nicht zerplatzen. Und zweitens haben wir den Lappen nicht mehr. Stimmt. Also, was machen wir jetzt mit Feuer? Bevor wir jetzt irgendwas eingehen, müssen wir uns über irgendwas überlegen, was wir anzünden wollen. Ja. Wir können den Typen anzünden. Ja gut, klar, aber wie wäre, also, ja ich weiß, also ich würde, ja genau, weißt du, was ich machen würde? Ich würde zum Baggerfahrer gehen und entweder den überreden, aus dem Bagger rauszugehen oder den rausboxen oder den mit Feuer, mit heißen Argumenten zum Bagger rausgehen überreden. Und dann den Bagger nehmen und durch die Wand fahren. So, so eine Friedhofsmauer, die hält auch nicht viel aus, oder? Zwei Punkte. Ja. Erstens, von den beiden Typen ist der Baggerfahrer der Netteste. Genau, und deswegen können wir darüber reden. Okay. Na? Zweiter Punkt, so ein Bagger ist mega langsam. Ja, gut, jetzt wo du es sagst. Aber hey, der hat eine Schaufel und damit kann man eine Mauer bestimmt einreißen, oder? Ja, aber so ein Bagger ist halt laut und langsam und wir werden gesucht. Ja, aber der komische ... Und ist das Licht dran? Ja, aber erstens kann man es nicht ausmachen und zweitens hat der Gärtner, der ist doch gewohnt, er hört ja die ganze Zeit den Bagger, weil sein Kumpel die ganze Zeit baggert. Also wird er sich ja nicht wundern, dass der Bagger Geräusche macht, ja? Aber wahrscheinlich eben an der Stelle, wo er erwartet, dass der Bagger baggert. Ja, und dann machen wir das Licht aus und fahren weg. Nee, ist eine Scheißidee, Simon, finde ich. Und wir zünden die Flasche an, dort wo der Bagger stand, dann denkt nämlich der Gärtner, ach, da ist ja noch Licht. Das Licht, das ist ja das Licht vom Bagger. Aha, so Falk, und jetzt kommst du. Nee, finde ich eine Scheißidee. Ja. Aber ich muss echt zugehen, ich wüsste nicht, was ich sonst ... Warte mal, ich gucke mal ins Inventar. Inventar. Aha, guck mal hier. Ein Schraub vor Schluss. Ja. Toll. Brennbare Flüssigkeit in Plastikflaschen. Ist das jetzt die gute News, oder was? Ein Schraub vor Schluss, na, der wird uns ja helfen. Nee, aber ich meine, jetzt haben wir, also ich meine, verstehst du, normalerweise steht ja dann, dass wir eine offene Flasche haben. Also eine Plastikflasche, in Klammern, die offen ist. Okay, steht auch da. Ja. Und dann darunter eingerückt eine brennbare Flüssigkeit, nämlich in der Plastikflasche. Warum wird der Schraub vor Schluss extra genannt, wenn er doch effektiv, würde er keine extra Funktionalität besitzen? Okay, ja. Warum sollte dann aufgezählt werden, verstehst du? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Okay, weißt du, was wir machen? Und wir haben Draht und einen Spieß und ein Feuerzeug. Eine Sache, die ... Flammenwerfer bauen. Eine Sache, die mich jetzt gerade noch verwirrt, ist folgende. Immer wenn wir dem Gärtner in die Hände laufen, sind wir sofort tot. Das heißt, wir haben ja gar nicht die Möglichkeit zu sagen, hey, geh mal hin und dann noch ein Kommando auszuführen. Sowas wie, spritzt dem die Flüssigkeit ins Gesicht oder so. Also, das frage ich mich gerade, wie das ist dann ... Das stimmt. Also, ich sag mal so, wir haben ja gesaved. Ich mach mal, ich schau dich um. Ja, siehste, genau. Jetzt ist es nämlich so, dass der gerade angekommen ist. Pass mal auf, ich zünde mal jetzt einfach den Flaschen an. Ich hab ja gespeichert. Ich hab ja gespeichert. Ach so, du meinst vorher anzünden. Ja, dann sieht er das, wie du schon sagtest. Dann sieht er, das Feuer kommt und denkt so, ey, endlich will mich jemand anzünden. Nee, der denkt so, ich mache es dein Feuer, ich brauche meine ... Null Zigaretten. Wasche mit ... Zündflasche an. Okay. So. Was? Du überlegst, schließlich kommst du zu dem Schluss, dass es nicht hilfreich ist, eines der Gebäude oder einen beliebigen Gegenstand einfach so anzuzünden. Mhm. Weder um den Gärtner abzulenken, noch um ihn anzulocken. Hä? Du betrachtest das alte Feuerzeug. Das ist meine einzige Trumpfkarte. Er weiß nicht, dass ich sie besitze. Ich muss sie richtig ausspielen. Ah. Ha. Plötzlich siehst du den Strahl der Taschen ... Ah, okay, ich bin tot. Ja, genau. Okay, aber damit sind wir ja schon mal ein bisschen weit, ey. Nee, sind wir nicht. Ja, doch. Also wir müssen irgendwie so eine Art ... Okay, pass auf, was haben wir gemacht? Wir haben gerade jetzt die Flasche versucht anzuzünden. Ja. Scheinbar entweder zu früh oder an der falschen Stelle. So, ich sage, wir stecken ... Oh, ja, genau, ich habe die Idee. Wir nehmen das Tuch von unserem Gips und stecken es in die Flasche, wie ich gesagt habe, als Molotow-Cocktail. Ja, aber es wird ja ... Ja, hm. So, pass auf, und dann sieht der uns ja, weil der Gips ist ja jetzt wieder weiß, kommt zu uns und wir so, hey, Überraschung, und dann zack, bumm, return. Ja, perfekt. Also pass auf, wir machen das jetzt. Ich lade jetzt mal kurz, so, zack, bumm. Also das klingt so komisch, das will ich gar nicht tippen. Steck schwarzes Tuch in Flasche. So, das kannst du ja nicht sehen. Nimm Tuch. Eine Flasche, gefüllt mit Alkohol, ein Stofftuch. Mit der Plastikflasche würde das aber nicht funktionieren. Siehste? Für einen Molotow-Cocktail braucht man eine Glasflasche. Besser, ich lasse es um das Gipsbein gewickelt. Wird dir schnell klar. Aber hey, geil, dass das Spiel ... Ja, durchaus. Das finde ich gut, auch eben gerade mit dem Flasche anzünden. Das finde ich gut. Das ist das Ding. Ich finde, das Spiel hat die ganze Zeit schon so sehr gute Ansätze, einen so zu lenken. Und deswegen war ich ein bisschen verwirrt, oder bin ein bisschen verwirrt, dass es jetzt in diesem Spielstadium so ein bisschen wenige Guidance gibt, würde ich sagen. Ich schließe jetzt einfach mal diese Flasche oder Schraubflasche oder so. Schließflasche? Ja, Schließflasche. Du schraubst den Schraubverschluss auf die Plastikflasche. Ja, und der Gärtner ist da und ich bin tot. Nee, ich noch nicht. Oh Mann, ich gehe jetzt immer wieder ein Stückchen hier rüber, mache dort die Flasche zu, Schließflasche. Du, es könnte sein, dass der Gärtner uns dort so oft findet, weil es eben ein großer Platz ist. Weißt du? Das ist ja der große Platz mit dem großen Holzkreuz. Da gibt es nicht viel Deckung und so. Vielleicht liegt es daran. Sag mal, beim Grillen, kennst du diese Flüssiganzünder? Nee. Also wenn man Grill anmachen kann, also mit so Feuer, also echtem Feuer, nicht mehr so Gas oder so. Ja. Also ein Gasding ist natürlich auch Feuer. Nee, wenn man halt Feueranzünder braucht, also so feste oder flüssige. Die Flüssigen haben oben so ein kleines Loch drin und dann kannst du draufdrücken und dann kommt raus. Verstehst du? Da kannst du das, also wir ja gerade, wir wollen ja irgendwas anzünden, also wir wollen die, also ohne Scheiß, wir wollen die Scheißflasche anzünden. Wie so bei so einem Clown mit der kleinen Blume, die der da hat und dann immer sagt, hier riech mal. Genau, nur dass da kein schönes Wasser und das Ha-Ha-Ha rauskommt, sondern da kommt der Tod raus dann, genau. So, verstehst du? Geil. Vielleicht wäre das was. Ja, okay. Und wir haben ja diesen Scheißdeckel, also irgendwie, also es gibt hundertprozentig, wir müssen irgendwas anzünden und der Deckel wird genannt. Mit Schraubverschluss. Sorry Leute, also das ist ja. Nee, nicht der Deckel, Schraubverschluss, ne? Es ist ein Deckel. Ja. Ne, oder nicht, oder was, oder wie? Es ist ein Deckel. Ja, gut. Also, du willst jetzt sagen, wir mit dem Draht. Ja, Löch, Löch. Draht. Spieß. Wir haben einen Spieß. Das ist ja dieser Grillspieß. Ne, ist das ein Grillspieß? Also, ja. Keine Ahnung, Spieße. Mit dem wir uns immer gekratzt haben am Dings. Mach Loch in Deckel oder so. Mach Loch in Deckel. Stich, Spieß in, nee, 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 Falk, Schraubverschluss, wenn dann. Ach so. Du stichst mit dem, Falk, du hast recht, du stichst mit dem Spieß ein Loch in den Schraubverschluss. Scheiße, was muss ich da eintippen? Ja, Stich, Spieß in, Schraubverschluss. Alter, was? Stich, Spieß in, Schraub, ja, klar, Schraub, Fer. So, und jetzt können wir zu dem Typing gehen. Plötzlich bist du tot. Okay, ich lade nochmal. Was? Ja, ich bin tot. Ja, aber dann hat es ja nicht funktioniert. Doch, er hat, der Spieß steckt noch in deinem Gips. Ach so. Wie, was ist der? Ah, ja, okay, ich muss den Spieß erst scheiben. Also ich habe das eingetippt, Stich, Spieß in, Schraubverschluss. Dann stand bei mir da, der Spieß steckt noch in deinem Gips. Ja. Okay, also nimm Spieß oder was? Ich weiß es nicht, ich hatte den schon. Ich weiß nicht, warum du den wieder in deinem Bein gedengelt hast. Okay, oh, alter, Schwein gehabt, der Gärtner scheint in deiner. Okay, okay. Dann Stich, Spieß in, Schraubverschluss. Ja. Du stichst mit dem Spieß ein Loch in den Schraubverschluss. Gut, dann haben wir es doch jetzt. Tot. Oh, laden. Echt? Ja. Ja, aber dann ist das doch schon wieder falsch. Also nicht falsch, aber es funktioniert ja nicht. Wissen Sie aber, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist richtig. Nimm Spieß. Jaja, aber wie interagieren wir denn jetzt mit dem Spieß? Warte mal, ich hau mal kurz nach Westen ab. Osten. Oh, geil, geil, geil. Okay, ich bin nochmal Westen und Osten wieder zurückgegangen. So, warte mal. Jetzt, warte mal, nimm Spieß, hatte ich schon. Stich, Spieß, zack, Loch drinnen. Safe. So. Ich speichere nochmal. Ich speichere nochmal. Warte, warte, warte. Speichern. Weil immer, wenn der uns fängt, dann sind wir sofort tot. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Pass auf. Jetzt haben wir so einen Brandanzünder. Genau. Jetzt ist ja alles da. Jetzt müssen wir noch das Feuerzeug davor halten. Zack. Boah, wir spielen schon wieder eine halbe Stunde, ne? Und die Leute denken sich wahrscheinlich auch, ey, Leute. Ihr seid so. Ja, aber die können ja mit uns mitfühlen. Weißt du? Uns hat bisher noch keiner angerufen. Hier, Leute, ich hab die Lösung. So. Okay. Jetzt. Okay, pass mal auf. Wie vorhin. Wir drücken jetzt einfach mal. Auf die Flasche. Genau. Wir zünden jetzt die Flasche an. Zünd, Flasche. Nee, aber das, hä? Du müsstest doch das Feuerzeug vor die Flasche halten. Und dann drücken, sodass der Strahl des Todes durch das Feuer schießt. Und dann ein feuriger Strahl des Todes wird. Okay. Weißt du? Okay. Also, okay. Okay. Okay, mach Feuerzeug an. Also, äh, äh, äh. Ah, ja. Zünd. Zünd. Feuerzeug an. Feuerzeug an. Feuerzeug an. Ah, du machst das Feuerzeug an. Okay. Und jetzt? Oh, Alter, der Gärtner war in der Nähe. Jetzt gehen wir zum Gärtner. Nee, jetzt wollen wir ja hingehen. Nein, 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 nein. Nee. Ach, scheiße. Ja, nee. Ich mach das jetzt erst mal. Warte mal. Und jetzt, ähm, jetzt, äh, was machen wir? Na, zum Gärtner gehen. Wir müssen doch jetzt zu dem hingehen, damit wir dem zeigen können, was wir hier Tolles gebastelt haben. Nein, wir machen, wir machen jetzt diesen Flammenwerfer. Ja. Und, äh, drücken aber nur kurz. Weißt du, dass der sieht? Oh, da. Verstehst du? Okay, so machen wir es. Nee, aber, ja. Also, äh, drücke, drücke Flasche, oder was? Drück Flasche. Pass mal auf. Okay. Drücke Flasche. Ja, schon. So hat es keinen Sinn, die offene Plastikflasche zusammenzudrücken, da die brennbare Flüssigkeit einfach über deine Hand laufen würde. Was? Nee, wie, wie, was? Nee, aber ich hab, ich hab hier, hä? Sicher? Und ich bin tot. Was? Bei mir hat's, glaub ich, funktioniert. Ich hab einen anderen Text. Hm. Lies mal deinen vor, während ich lade. Also, ich hab ja gemacht, ähm. Das 20. Mal. Warte mal, ah, warte mal. Hast du den Schraubflasch auf die Flasche gemacht? Oder hast du einfach nur ein Loch reingestochen und der ist noch in deiner? Ach so, ich hab, ja. Oh, vollidiot. Ja, nee, warte mal, ich hatte das ja vorher schon verschlossen. Jetzt hat er das, ach so, das Loch woher und hat er das wieder. Jetzt hab ich die Flasche gedrückt und alles ist über deine Hand gesuckt. Super cool. Nein, aber ich hatte das doch vorher schon zugemacht. Ja, dann bist du aber wahrscheinlich gestorben. Hat das vielleicht wieder, entweder das, oder das Loch bohren hat das aufgeschlaubt. Äh, okay. Verschließ. Also, ich hab, dann lese ich jetzt schon mal vor, was jetzt passiert. Okay. Ist mein Feuerzeug jetzt noch an? Pst. Also, drück Flasche, ja. Und dann, du hältst die Flamme des Feuerzeugs vor die Flasche und drückst sie kurz ein wenig zusammen. Der dünne Strahl, in Klammern, Anmerkung der Redaktion, des Todes, der brennbaren Flüssigkeit, entzündet sich und eine Flamme von zwei, drei Metern erhält den Raum. Heu, heu, heu. Ähm, du weißt nicht, ob der Gärtner, in Anführungsstrichen, die Lichtershow, die du veranstaltet hast, irgendwie schön fand. Du hattest keine Zeit mehr, ihn zu fragen. Ein paar Minuten später blitzt unter all den äußerst unangenehmen Empfindungen, die durch deinen Körper jagen, einen Satz des Gärtners wieder in dein Bewusstsein. Ich werde mir mit dir Zeit lassen und das tut er. Bei Gott, das tut er. Ach ja, der wollte ja uns und unsere Familie. Oh. Ich bin tot. Ja, ich bin auch tot. Hä? Boah, ey, wir haben so einen geilen Flammwerfer gebaut und jetzt das ist ja sehr, das ist irgendwie ein sehr großer Dauner. Ja, vor allem, warum, warum bitte, äh, jetzt sind wir jetzt gestorben? Der Gärtner war nicht mehr in der Nähe. Wir kriegen nicht mal einen Punkt dafür, guck mal. Stimmt. Wir haben immer noch 19. Hä? Von 56, ey, ich hab das Gefühl, wir brauchen noch 1000 Folgen für das Spiel. Ja, erstens das und zweitens, warum sind wir jetzt bitte gestorben? Versteh ich auch nicht. Kann der uns mit Telepathie töten, oder was? Oder, oder, hä, oder haben wir Hunger? Und sind einfach umgekippt, oder was? Okay, ähm. Lass uns, warte, 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 das Spiel macht einen guten Job. Oh, ich, warte, ich hab ne Idee. Du hältst die Flasche. Es muss irgendwie im Text stehen, was wir falsch gemacht haben, oder? Ja, und zwar ist es so. Hier steht ja, du weißt nicht, ob der Gärtner die Lichtshow gesehen hat. Oh, nee, schön fand. Wie wär's damit, wenn wir das machen, wenn er in der Nähe ist? Also, weißt du, wir hatten ja manchmal im Spiel den Text, oh, der Gärtner ist in der Nähe, hatte ich aber nicht gesehen. Und in dem Moment machen wir das. Also, ich geh jetzt noch mal nach Osten. Oh, nee, jetzt ist der Gärtner da. Ja, ist ja irgendwie auch das, was du gerade gesagt hast, das willst du ja. Wir haben ja keine Möglichkeit, wenn wir den Gärtner sehen, dann sind wir tot. Doch, nee, es gibt diese eine Möglichkeit, wenn kurz da steht, er ist in der Nähe, hatte ich aber nicht gesehen. Das gibt's ja manchmal. Okay. Ah, hier, genau, guck mal, ich hab jetzt Folgendes gemacht. Ich hab jetzt einfach mal Warte eingegeben und hab gewartet. Und jetzt steht hier, der Gärtner ist in der Nähe. Ja, und jetzt mach ich, was haben wir eingegeben? Ähm, zünde, ne, Drückflasche, so, zack. So, okay. Jetzt, ich hab das gemacht und jetzt ist einfach derselbe Text nochmal gekommen mit, ja. Du bist wieder tot. Nee, das ist er nämlich nicht. Ich hab einfach nur zwei, drei Meter, er hält den Raum und jetzt kommt wieder, dass ich was eingeben kann. Das ist, es kommt keine weitere Information. Schau mich mal um. Jetzt bist du tot. Nö. Ja, wo ist denn der Typ? Ich mach nochmal eine schöne Flasche drücken. Zack. Aber der, der ist einfach, der ignoriert mich. Boah, ey, das Spiel macht mich fertig, Leute. Ungefähr dort, wo sich der Platz mit dem großen Holzkreuz befindet, kannst du das Licht der Taschenlabor ausmachen. Ich warte nochmal. Du brennst den ganzen Friedhof ab. So, pass auf, jetzt ist der, ähm, jetzt ist er weggegangen aufs große nördliche Gräberfeld. Das heißt, ich kann jetzt nach Osten gehen. Und jetzt mach ich mal hier schön die Flasche drücki, drücki. Ja, es passiert überhaupt nichts. Keine Ahnung. Was soll man mit dem machen? Ich hab keine Ahnung. Ich geh mal nach Norden, wo der Heini ist wahrscheinlich. Mach ja auch nochmal schön, drücke Flasche. Passiert aber nichts. Kann ich nochmal nach Norden gehen? Vielleicht müssen wir wirklich den Typen beim Bagger verbrennen. Aber das ist total, der ist total nett. Ja, der hat uns ja noch weggeschickt und gesagt, hier, der andere will euch töten. Er will dich töten. Ja, pass auf, ich geh jetzt mal in die Tipps hier. Pass auf, Tipps, nee, Hinweise war das. Hinweise. Hinweise. Wie komme ich zu Waffen? Der Spieß ist ja offensichtlich der Gegenstand, der in eine Waffe am nächsten kommt. Leider ist er sehr dünn und daher schlecht zu halten. Weißt du? Weißt du? Okay. Ähm, Hinweise. Suche etwas, mit dem du den Spieß zu einer Stichwaffe machen kannst. Hä, der Spieß ist doch eine Stichwaffe. Naja, aber man kann dich schlecht halten. Okay, das verstehe ich. Ja, so ein dünner Spieß, hm, nicht so geil. Okay, ja, mal sehen. Mit dem, nee, bei dem großen Holzkreuz oder in der Blumenhandlung gibt es etwas, das dir von großem Nutzen sein kann. Okay, bei dem großen Holzkreuz, das wäre jetzt dieses Brennmaterial, nehme ich an, ne? Oder? Und das Brennmaterial um den Spieß wickeln. Das macht aber auch keinen Sinn. Nee, ich, in der Blumenhandlung? Ich meine, da gibt es vielleicht auch so brennbaren Dünger oder so, aber. Hä? Aber das stand doch gerade, dass wir irgendwas brauchen, um den Spieß zu wickeln. Hier, nimm den Draht von den Kränzen, die vor dem Holzkreuz liegen. Oder nimm Draht von den Blumensträußen, die sich in der Blumenhandlung befinden. Na, okay, es geht also um den Draht. Gut, das haben wir ja schon. So. Was? Binde den Draht um den Spieß. Du hast nun eine Stichwaffe mit Griff. Was? Okay. Das ist aber ganz schön viel Draht dann. Das Leiden Jesu Christi oder was? Warum soll ich ein Stück Draht? Na, also so als Griff. Stell dir vor, du hast Faden und du wickelst den Faden hundertmal um so einen dünnen Stock. Dann bildet sich dort natürlich ein Griff. So. Ach so. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Draht so lang ist. Ich hätte jetzt bei dem Spruch, wickele Draht um den Spieß, habe ich jetzt eher an so einen Zaun mit NATO-Draht drumherum gedacht. What? Weißt du, es sieht halt irgendwie nicht aus, als würde ich das gerne anfassen wollen. Ja, es ist ja kein Stacheldraht, den wir haben. Ja, okay. Wickele Draht um Spieß. Oh, wir haben fünf Punkte bekommen. Was? Ja. Na, endlich. Wieso eigentlich fünf? Ich habe nur zwei bekommen. Was? Bei mir steht, du wickelst das lange Stück Draht fest und in eng anliegenden Reihen um die stumpfe Seite des Spießes, sodass du eine Art Griff erhältst. Du hast gerade zwei Punkte bekommen. Ja, so ist das halt. Achso, ich habe aber auch geladen. Ich habe noch nichts. Also vielleicht kriegst du die fünf Punkte wegen, weil du Feuer angemacht hast. Ja, weil hier ist nämlich folgendes. Es gibt nämlich bei mir noch mehr Text. So, weil das Spiel nämlich erkannt hat, dass ich hier lieber bin und mehr verdient habe als du. Der mit Draht umwickelte Spieß liegt gut in der Hand und mit dem improvisierten Flammenwerfer lässt sich eine Menge Schaden anrichten. Das muss reichen. Mehr wird es nicht. Ich kann das schaffen. Sprichst du dir selbst Mut zu? Du hast also vielleicht das Feuerzeug noch nicht angezündet. Ne, das habe ich glaube ich wirklich nicht. Ne, mach mal ein schönes Feuerzeug an. Zick, zack. Der Gärtner. Alter, der Gärtner ist in der Nähe. Okay. Wickele Draht habe ich. Zünd Feuerzeug an. Okay, was jetzt? Drücken. Drücke Flasche, ja? Äh, ja. Yeah, ich habe drei Punkte bekommen. Du hältst die Flasche des Feuerzeugs vor die Blablabla. Der Draht mit umwickelte Blablabla. Ich kann es schaffen. Sprichst du dir selbst Mut zu? Zack, und jetzt gehen wir zum Gärtner. Moment, ne, warte, ich speichere jetzt. Wo ist er denn eigentlich? Das ist egal, wir brennen ihn ab. Naja, wir brennen und stechen. Schau dich um. Ich sehe ihn nicht. Also hier, für alle Zuhörer, das meine ich natürlich lieb. Ja, also du wirst ihn mit deiner Liebe entzünden. Äh, ja, was machen wir jetzt? Ja, den Typ suchen. Bei mir ist der auf dem kleinen Parkplatz. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Okay. Ah, hier, ich bin jetzt zweimal nach Süden gegangen. Ich bin jetzt auf irgendeinem Gräberfeld und der Gärtner scheint in der Nähe zu sein. Aber wo ist er denn? Wo ist er denn? Nachdem ich gespeichert habe, bin ich nach Osten gelaufen. Zack, tot. So, ich laufe dem jetzt gerade hinterher. Hä, Moment mal. Bei mir stand, ich habe Osten eingegeben und dann steht drunter unter dem Kommando, vorher machst du das Feuerzeug aus. Ja, geil. Das ist ja auch mega dumm, ey. Ja, sehr dumm, ja. Äh, boah, ich finde den Typ nicht. Das Spiel anstrengend. Pass auf, ich mache das jetzt so. Ich gehe auf den Platz mit dem großen Holzzeug, äh, Holzkreuz und ich warte hier einfach, weißt du? Der kommt schon. So, ich warte, zack, tot. Cool. Hä? Oh Mann, ey, Simon. Dieses Trial and Error-Ding, wir machen entweder was falsch oder das ist scheiße. Wie soll man den Typ denn umhören? Ich meine, oder sollen wir jetzt eingeben, ähm, warte, ich lade es mal neu, sollen wir eingeben, jage Gärtner oder irgend sowas. Weißt du, dann macht er alles automatisch. Jage, Gärtner, Gärtner. Ich habe diese Werte nicht verstanden. Töte, Gärtner. So etwas kannst du hier nicht sehen. Ja, gut, okay. Hier, wie wäre es damit? Wir geben Töte, Gärtner ein, wenn der in der Nähe ist, weißt du? Warte, er ist bei mir jetzt in der Nähe. Okay, dann gib mal einen Töte, Gärtner. Was? Töte, Gärtner? Achso, nee. Ich habe eine trüge Flasche gemacht, da war ich jetzt wieder tot. Ja, aber... Okay, ja, ja, ich lade und mache es nochmal. Aber es ist eine Gefahr, du wirst nicht... Okay, ich... Boah, ich bin schon wieder tot. Krass, ey, ich glaube, ich bin 30 Mal schon gestorben, ey, ich weiß gar nicht. Ich bin eben auch in der... Och, Mann. Okay, ich weiß, ich bin jetzt an dem Punkt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn ich in irgendeine Richtung gehe, bin ich tot. Und wenn ich die Flasche drücke, passiert nichts. Zack. Wie kann ich den Gärten auflauern? Ey, immerhin, man muss sagen, also diese Tipps, die sind immer on point. Ist genau das, was wir brauchen. Sehr gute Tipps. Aber jetzt, no offense, aber... Es wäre geil, wenn man die Tipps nicht bräuchte. So, wo wäre ein geeigneter Ort, um dem Scheißkerl aufzulauern? Okay, wir sind einfach nur Trottel vielleicht auch. Ah. Naja, wieso? Wir wollen halt offensiv auf den Zug. Ähm... Naja. Könnten tatsächlich, ähm... In die Blumenhandlung vielleicht? Blumenhandlung? Oder, ähm... Da, wo die Aufbewahrung... Und wohl, warum sollte er da hingehen? Ja, eben. Ich meine, na gut, er sucht uns überall, ne? Ja, okay, aber macht der Bagger nicht am meisten Sinn? Wird der Bagger? Naja, nur, nicht? Ja, ich weiß nicht. Okay, warte mal. Da ist ja auch der andere Typ, weißt du, und da gibt es so Stress und so. Okay, dann gehe ich mal nach Westen. Das ist ja die Aufbewahrungshalle. Oh, Aufbewahrungshalle. Na, aber wir wollen doch zur Blumenhandlung. Ach so. Jetzt bin ich Aufbewahrungshalle. Ja, das ist jetzt doof, ne? Ja. Also, ich gehe jetzt mal... Äh, genau. Ich bin jetzt mal runtergegangen und... Ah ja, hier, Vorplatz der Gärtnerei. Wo ist denn die... Siehst du, das ist nämlich auch das Ding. Wenn diese Worte, die wichtig für uns sind, mal hervorgehoben werden, dann könnte man den Text auch schneller lesen. Ich suche jetzt gerade... Bin ich jetzt überhaupt da, wo der Blumenladen ist? Na, ich glaube nicht. Weißt du, was irgendwie immer funktioniert? Ich habe jetzt schon fünfmal hintereinander Drückflasche gemacht und da kommt geiles Chaos raus. Aber das Spiel stört es gerade überhaupt nicht hier. Flasche geht auch nicht alle. Doch, jetzt. Okay. Super. Nee, ich hatte einfach sechsmal Glück oder siebenmal. Warte mal, nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neunmal. Erst beim neunten Mal bin ich jetzt wieder tot. Cool. Ich glaube, ey, aber es ist auch mal was, ne? So oft und so, ja. Schnell hintereinander sind wir noch nie gestorben in irgendeiner Folge. Ist doch auch was. Schön, ja, toll. Wo ist denn diese dumme hier Blumenladen? Der war doch ganz am Anfang, da, wo der Eingang war. Oder nicht? Ich glaube, wir müssen nach Osten, wo wir jetzt sind. Ich lade nochmal schnell. Ah, ja, so, hier, pass auf. Sorry, Leute. Ich bin endlich auf dem Vorplatz. Und hier ist die kleine Boomhandlung. So, die Glastür, die Glastür zur Gärtnerei steht offen. Und da will ich jetzt rein. Und die geht nach Osten. Zack. Okay, pass auf, ich bin jetzt im Blumengeschäft. Ich speichere mal. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Aber sollen wir jetzt pfeifen oder was, dass der ankommt oder was? Verstecken vielleicht. Ja, aber der, ja, okay. Im Laden irgendwo? Versteck dich. Wohin, da willst du dich verstecken? Okay, wir haben Blumensträuße, Gestecke, Registrierkasse, eine Holztür, auf der ein Schlüsselhaken angewandt ist. Neben der Tür steht ein alter Kleiderschrank. Oh, im Kleiderschrank. Versteck dich im Kleiderschrank. Sorry, Simon, du musst es alleine spielen. Während du diese letzten drei Sätze gesprochen hast, habe ich zehnmal geladen. Nein, ich gehe nach Süden, ich gehe nach Westen, ich gehe nach Osten, ich sterbe immer. Echt krass. Ja. Okay, pass auf. Du öffnest den Schrank, steigst hinein und schließt die Tür. Es ist stockfinster, du siehst nichts. Gut. Speichern. Warte, warte, warte. Ich schaffe es, glaube ich. Warte. Yay. Ich bin im Laden. Falk, du schaffst es. So, jetzt schnell in den Kleiderschrank. Muss ich irgendwas machen? Ist der schon offen? Sag doch schnell. Ja. Hau rein. Was hast du gemacht? Steig, ich habe dir nicht mehr zugehört. Steig in den Kleiderschrank. Ja, das kennst du doch, Falk. Immer wenn du hier, ne, dich verstecken musst, wenn der Ehemann nach Hause kommt. Der kleine Laden ist mit unzähligen Blumengeschäft in dem Kleiderschrank. Ja. Jetzt steht da als letzter Satz, der Lichtschalter ist an. Ja, genau. Okay. Sicher? Warte, was? Bei mir steht, es ist stockfinster, du siehst nichts. Aber wie ist denn der Lichtschalter an? Das Licht kann an sein, oder? Nicht der Lichtschalter. Oh, fein. Okay, schalte Licht aus. Ja, ich möchte es kurz anmerken. Im Schrank oder was? Da ist doch kein Lichtschalter drin. Ich habe jetzt Schalte-Licht aus gemacht. Und? Du schaltest das Licht aus. Im Schrank? Ja, was? Pst, 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 hör zu. Kurze Zeit später hörst du Schritte, die sich der Tür der Blumenhandlung nähern. Simon, ich will speichern. Was hast du eingegeben? Schalte Licht aus. Das habe ich auch. Das geht nicht. Das kannst du hier nicht sehen, weil ich nämlich in einem Scheißschrank bin. Simon, ich möchte nichts mehr eintippen. Hier ist ein Mörder im Raum. Das weißt du ja noch gar nicht. Es stimmt. Naja, aber der, naja, gut. Ist ein Gärtner. Okay, gut, ist auf dem Mörder. Ich gehe nochmal aus diesem Schrank raus. Ich speichere. Leute, ich speichere jetzt. Ich speichere. Sonst mache ich wieder das Feuerzeug an und mache mir aus, dass ich eine Kippe an, statt ihn abzubrennen oder so. Ich kenne das doch. Rauchst du im Schrank. Wo bin ich denn? Es geht nicht. Ich kann den Schalter nicht. Pass auf, pass auf, pass auf. Warte, ich warte nochmal. Warte. Du wartest. Warte. Du wartest. Warte. Du wartest. Okay, passiert also nichts. Ja, geil. Ähm, 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 äh, 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 steig aus Schrank. Die Glastür geht. Was? Die Glastür geht? Ach so, begleitet vom Gebimmel der Glocke auf. Augenblicklich blendet dich der Schein der, okay, ich bin wahrscheinlich tot. Ja, ich bin tot. Ah, geil. Okay, pass auf. Wie praktisch, dass ich geladen, äh, gespeichert habe. Ich habe jetzt, ich bin jetzt aus dem Schrank raus, habe das Licht ausgemacht, weil das ist nicht im Schrank, der Lichtschall ist draußen und jetzt verstecke ich mich nochmal im Kleiderschrank. Okay, also ich bin jetzt hier im, im Schrank. Wir müssen, also aus dem Schrank rausgehen reicht nicht. Wir müssen aus dem Schrank platzen. Also raus springen. Genau, springen aus Schrank. Oh ja, das, das wird, das wird sehr, sehr erfolgreich, vor allem mit Gips, mit Gipshut. Das geht nicht, steht da einfach da. Das geht nicht. Okay, okay, okay. Okay. Okay, ähm, oh hier, wir wärsen mit einfach Tötegärtner und der Rest wird automatisch. Ja, Tötegärtner. So etwas kannst du ja nicht sehen, es ist auch dunkel. Ja. Okay, pass mal auf. Warte mal. Zünde Feuerzeug an. Noch nicht, sagst du dir selbst, deine leicht zitternde Hand betrachtend. Aha. Okay, ich habe. Öffne, pass mal, öffne Schrank. Ich habe was. Der Kleiderschrank ist bereits. Pass auf. Was denn? Die Glastür geht, begleitet vom Gebümmel der kleinen Glocke auf. Durch den Spalt, nee, durch einen Spalt kannst du sehen, dass sich der Schein der Taschenlampe an dir vorbei bewegt. Der Gärtner steht mit dem Rücken nur zwei, drei Meter von dir entfernt. Du machst das Feuerzeug an. Also ich habe eingegeben, zünd Feuerzeug an. Du machst das Feuerzeug an. Der Gärtner hat das Geräusch gehört und dreht sich schnell in deine Richtung. Okay, ich spreche auch. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Pass mal auf, ich lese dir meine letzten Kommentare. Ich habe geladen. Spring aus Schrank, hat man ja gesagt. Das geht nicht. Dann töte Gärtner. Sowas kann er nicht hier sehen. Ja, gut. Pass auf. Dann sage ich, zünde Feuerzeug an. Ja. Dann kommt, noch nicht, sagst du dir selbst, zitternde Hand, bla bla. Dann mache ich, öffne Schrank. Dann steht da, der Kleiderschrank ist bereits offen. Wir machen zu. Nee, pass auf. Jetzt tippe ich nochmal, zünde Feuerzeug an. Also was ich eben schon gemacht habe. Und jetzt ist er tot. Scheiße. Okay, du musst den Kleiderschrank zumachen, Mann. So sieht er dich doch sofort. Ja, was ist denn das auch für ein Trottel, das er anlässt? Okay, schließe. Also ich habe ihn nicht aktiv zugemacht. Ich glaube, meine Figur, also ich bin sehr viel intelligenter. Okay, du schließt den Kleiderschrank. Es ist stockfinster. Genau. Jetzt tippe ich einfach Warte ein. Genau, jetzt warte, bis der kommt. Und dann macht, zünde das Feuerzeug an. Pst, pst, jetzt. Die Klasie geht begleitet. Und ich bin da nicht tot. Geil, der Gärtner steht mit dem Rücken zu. Nur zwei, drei Meter. Und jetzt soll ich das Feuerzeug an. Nee, soll ich nicht den Schrank erst öffnen? Ja, geil. Und dann stehst du da wie ein Trottel, oder was? Ja, okay, zünde Feuerzeug an. So. Du machst das Feuerzeug an. Der Gärtner hat Geräusch gehört und dreht sich schnell in deine Richtung. So, und jetzt? Jetzt ist die Frage, was wir jetzt machen. Ganz ehrlich, hier kommt Töte, 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 Gärtner mit Schapies. Mit, ach, mit Spies. Ich dachte, mit, mit Flammenwerfer, Todesstuhl. Nein, so was kannst du hier nicht sehen. Okay, nee, dann einfach nur Töte, Gärtner. Kann ich dir selber aussuchen. Kann auch nicht, was? Kann er nicht sehen? Töte, Gärtner. Naja, gut, der Schrank ist zu, ne? Okay, pass auf. Tritt Tür. Wir müssen die Tür treten, damit ihr so richtig auffliegt, der sich erschreckt. Okay? Tritt Tür. Scheiße, geht nicht. Schranktür vielleicht. Man sagt, Gewalt ist keine Lösung. Alter, der Typ will dich umbringen. Gewalt ist die Lösung in der Situation. Ich mach jetzt einfach mal öffnen die Schranktür. Mal gucken, ob der Typ dann blöde guckt. Du öffnest den Kleiderschrank. Okay, es ist noch nichts passiert. Und jetzt? Töte, Gärtner. Zünde, Feuerzeug. Töte, Gärtner. Das ist doch noch an. Ach so. Ey, ich geb einen Töte, Gärtner, man sagt, Gewalt ist keine Lösung. Ja, dann stirb halt. Mein Gott. Okay, okay, dann ich drück nochmal die Flasche zwischendrin. Einfach mal schön verbrennen. Drück Flasche. Ja, genau, stimmt. Drück Flasche. Du hältst die Flamme des Feuerzeugs vor die Flasche, zielst in Richtung des Lichts der Taschenlampe und drückst sie so fest wie möglich zusammen. Okay. Der dünne Strahl der brennbaren Flüssigkeit entzündet sich und eine Flamme von zwei, drei Metern erhält das Innere des Gebäudes. Okay. Simon, so weit war man auch noch nie. Vor dir steht der Gärtner. Seine ganze obere Körperhälfte ist umgeben von Flammen. Woher kommen Öl? Er beginnt panisch zu schreien und zum anderen Ende des Raums zu laufen. Warte, nächster Text. Einen Moment später schafft er es, sich die Jacke vom Körper zu reißen und sich auf den Boden hin und her zu wälzen, bis die Flasche, bis die Flammen ausgehen. Okay. Warte, warte, warte. Stöhnend und benommen steht er wieder auf und läuft auf dich zu. Du hast gerade fünf Punkte bekommen. Okay. Geil. Jetzt haben wir schon. Gärtner mit Spieß. Das machst du. Okay. Du versuchst ihn mit dem Spieß in den Bauch zu stechen. Geil. Mit einer schnellen Bewegung dreht er sich weg und du erwischst nur den Unterarm. Er schreit kurz auf, zieht den Spieß aus seinem Arm und schafft es irgendwie, den mit voller Kraft gegen das Gipsbein zu drehen. Der ist ja gemein. Das macht man doch nicht. Vor lauter Schmerzen verlierst du kurz die Orientierung. Verzweifelt versuchst du, ihn im Auge zu behalten. Du hörst, wie er irgendwann irgendwas aufhebt. Dann steht er auf und läuft aus dem Laden. Okay. Bevor du es schaffst aufzustehen, sperrt er hinter dir die Glastür ab. Der ekelerregende Geruch von verbrannten Haaren und Fleisch gemischt mit dem Duft von Blumen. Das ist ja wiederum gut. Er füllt den ganzen Raum. Du schaltest das Licht wieder ein. Fünftes Kapitel. Auf dem Boden der Blumenhandlung liegt eine halb verbrannte Ledererke. Und ich habe nochmal drei Punkte bekommen. Ja, ich auch. Das war jetzt ja nicht, also es war jetzt kein totaler Fail, Dingsi Bumsi, aber es war jetzt auch nicht so der Mega-Erfolg. Ich hätte es eigentlich gedacht. Aber hey, neues Kapitel. Na gut, das ist immerhin ein nettes Ende für die Folge. Wow, das war ja mal richtig spannend nach den 20 Millionen Toten, die wir vorher gestorben sind. Okay, das Erste, was ich mache, ist speichern. Okay, vielen Dank, dass ihr uns auf diesem Action-Trip begleitet habt, liebe Zuhörer. Hoffentlich klickt ihr auch nächstes Mal wieder auf Play, wenn es heißt, Falk und Simon zünden Leute an, die wir eigentlich gar nicht gerne anzünden wollen, aber das Spiel verlangt uns das. Wir wollen eigentlich mit ihm reden und sagen, hey. Ich wollte gerade sagen, ich meine, Gewalt ist ja auch keine Lösung, ne? Das heißt, das Spiel würde diese Aktion nicht unter Gewalt zusammenfassen, ja? Leute zu verbrennen oder es zumindest zu versuchen und einen Spieß in den Bauch zu stecken, zählt also nicht unter Gewalt. Es war ein Unfall. Ja, er ist in unseren Spieß gelaufen, wir konnten nichts dafür, genau. Ja, gut, das können die Juristen unseren Zuhörern mal kurz abklären, wie das aussieht und bis zur nächsten Folge uns eine E-Mail schreiben. Ja, gut, bis dann. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao.